Am Ende war unser Bauform günstiger als gedacht. Das wird ein Bauherr niemals sagen. Warum? Weil es immer teurer wird. Und deswegen ist es besonders wichtig, dass man versucht noch was am Preis zu machen. Wenn Sie Fertighausexperte mit ins Boot nehmen, nehmen wir später Kontakt zu Ihrem Hausverkäufer, Handelsvertreter oder direkt zur Hausbaufirma auf, im besten Fall sogar zu Ihrem Geschäftsführer und sprechen dann in Ihrem Namen noch mal Ihr Bauvorhaben durch und versuchen dann noch mal die Kosten und die Preise zu optimieren. Dafür lassen wir uns beteiligen und mehr Details dazu finden Sie bei uns im Onlineshop auf www.fertighausexperte.com Also wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.